Mit einem Gewicht von nur 8,6 Kilo ist die Duralight-Liege die leichteste Fox-Liege aller Zeiten. Das Gewicht maximal zu reduzieren, aber gleichzeitig so viel Komfort zu bieten, wie nur irgendwie möglich, das ist die Idee hinter der Duralight-Liege. Der komplett flache Liegenrahmen mit den Doppelgelenken ist aus der Duralight-Magnesium-Liege gefertigt, die ultraleicht aber dennoch sehr stabil ist. Die Liege profitiert von demselben durchgehenden Fold-Over-Rückenstützsystem, das auch bei unseren marktführenden Flatliner-Liegen verbaut wurde. Es stellt sicher, dass die Liege fest und perfekt komfortabel ist, ohne dass man irgendwo durchhängt. Die Matratze ist mit einer 3D-Netzpolsterauflage mit Polyesterbasis ausgestattet, was das Gewicht zusätzlich reduziert und die Belüftung verbessert. Die Matratze profitiert zudem von der hochfesten Schaumstoffschicht, die von einer Hohlfaserebene abgedeckt ist. Dadurch erhält man eine feste Matratze, die aber dennoch auf der Oberfläche weich und insgesamt extrem komfortabel ist. Der Außenrand des Matratzenbezuges ist in unserer einzigartigen Fox Carmo Tarnfarbe gehalten und mit einer noch festeren Schaumstofffüllung ausgestattet, sodass der Matratzenrand über dem Rahmen viel besser gepolstert ist. Die Duralite Liege hat 6 Beine mit G2-Doppelbeinen an den Enden des Zentralteils sowie einem Einzelbein zentral am Fuß- und am Kopfende. Die Beine sind alle mit unserer einzigartigen One-Touch-Federfußverstellung ausgestattet, die ein einfaches und schnelles Verstellen der Beinlängen ermöglicht. Auf der zentralen Unterseite der Matratze befinden sich Klettstreifen, sodass man die Liege mit allen Fox-Betscher-Covern einsetzen kann. Der auf der Unterseite umlaufende Reißverschluss ermöglicht es, die Duralite-Schlafsäcke zwischen den Jahreszeiten auszuwechseln. Zwei seitliche Spanngurter ermöglichen es, die Liege auch mit darauf montiertem Schlafsack kompakt zusammenzupacken. Die Liege ist 202 cm lang und 78 cm breit. Die Minimalhöhe beträgt 33 cm und die Maximalhöhe 43 cm. Ergänzend zu diesen Liegen gibt es auch zwei neue Duralite-Schlafsäcke. Es gibt hier ein 3-Jahres- und ein 5-Jahres-Schlafsack-Modell, die beide dieselben großartigen Ausstattungsmerkmale aufweisen. Die 7-Core-Hohlfaserfüllung ist speziell mit Silikon behandelt, um besser die Form und das Volumen zu erhalten. Die Offset-Trennlagenäherung hält die warme Luft besser im Schlafsack. Da die Reißverschlüsse nicht bis ans Fußende gehen, erhält man eine extrem gut isolierte Wärmetasche um die Füße herum. Die hochrobusten Crash-Schnellreißverschlüsse mit Klemmschutzabdeckung auf der Innenseite stellen sicher, dass sich der Reißverschluss nicht beim Öffnen im Material verfängt und man bei jedem Biss problemlos aus dem Schlafsack kommt. Der untere Schlafsackteil ist mit einem Kopfkissenfach ausgestattet, sodass das Kopfkissen nicht mehr vom Kopfende herunterfallen kann. Beide Schlafsäcke sind mit einer Mikro-Flies-Fütterung innen im oberen Schlafsackteil ausgestattet, die besondere Wärme und Komfort bietet. Der Dreijahreszeitenschlafsack hat ein glattes Polyester-Innenfutter im Mittelbereich des unteren Schlafsackteils, sodass man sich darin einfach bewegen kann, während der Fuß- und Kopfbereich für zusätzliche Wärme und Komfort ebenfalls mit Vlies gefüttert wurde. Der Fünfjahreszeitenschlafsack ist sowohl im oberen als auch unteren Schlafsackteil innen mit Vlies für maximale Wärmeisolation gefüttert. Der Dreijahreszeitenschlafsack liegt 3,3 und der Fünfjahreszeitenschlafsack 4,95 kg. Die Duralight-Liege ist sowohl einzeln als auch jeweils als System mit dem 3- oder 5-Jahreszeitenschlafsack erhältlich. Beide Schlafsäcke sind ebenfalls separat erhältlich. Die Duralight-Liege ist eine Kombination aus geringem Gewicht und maximalem Komfort.